Kapitel 949 ist vor kurzem rausgekommen und so langsam zeigt Ruffy wieso er in Vano ist. Der Kampf der Strohhutgefangenen Allianz gegen die Beast Piraten läuft immer noch weiter. Es sieht so aus als hätte Team Strohhut die Oberhand im Kampf, doch plötzlich zeigt der Scorpium Man seinen wahren Plan. Da er die Strohhute nicht treffen kann, schießt er einfach auf die Gefangenen in Udon, was Chopper und Ruffy richtig sauer macht. Diese kloppen wie wild auf die Beast Piraten ein. Wir kriegen aber auch zum Glück Szenen der anderen Allianz Mitglieder. Hiyo zeigt, dass er trotz seines Alters noch ein ernst zu nebender Schwertkämpfer ist. Auch Okiko schnetzelt sich nur so durch die Gegner, wie es aussieht ist sie ein auf Speed basierter Schwertkämpfer oder Schwertkämpferin oder ihr wisst was ich meine. Ebenfalls Raizo gibt sein Bestes, er schafft es sogar die Schlüssel für Kids und Killers Handschellen zu bekommen. Doch Kids sieht eher ziemlich angepisst aus, dass er wohl nichts ausrichten konnte und Ruffy das komplette Gefängnis stumpt. Killer ist nach wie vor immer noch am Lachen. Währenddessen werden die Gefangenen weiter mit den Pestkugeln beschossen. Diese infizieren den Gegner mit einem Virus, welcher einen brennenden Schmerz auslöst und zum Tode führt. Die Beast Piraten bringen die infizierten Gefangenen dazu in Richtung der Strohhut Allianz zu laufen, damit diese jene berühren und somit ebenfalls infizieren. Wie wir erfahren hat diese Pestkugeln Queen erschaffen und nennt sie Zombie. Die Gefangenen geben die Schuld nun an Ruffy und Co. Weil sie sagen, wären sie nicht gekommen, hätte es nie diesen Aufruhr gegeben und sie hätten doch eh keine Chance gegen Kaido. Ruffy umarmt dann alle infizierten Gefangenen und bricht in einer epischen Ansage aus. Dass das Gift nicht auf ihn wirke, obwohl man sieht wie es ihm zusetzt und dass der Wille der Gefangenen gebrochen wurde und sie alle Sklaven wurden. Otama und Momonosuke beobachten das ganze dann von einer sicheren Distanz aus und bemerken, dass Ruffy nicht gut aussieht. Ruffy führt weiter aus, wie so ein Außenseiter das Land nicht retten dürfte. Er habe Tama ein Versprechen gegeben, dass er Kaido besiegen würde und alle Einwohner Kavanos immer genug zu essen hätten. Mit dieser Jesusliken Ansprache erreicht er die Herzen der Samurai. Babanuki will die Chance nutzen und eine mega Pestkugel abschießen, doch Ruffy hält seinen Rüssel fest, so dass die Bombe in seinem Rüssel explodiert. Ruffy sagt zu Babanuki, ich durfte gerade einen Blick in eine schlimme Zukunft erharschen. Heißt es, er konnte mit seinem Observationshack nun in die Zukunft sehen? Ruffy lässt die Gefangenen nun den Rest erledigen. Und das wars auch schon mit diesem Kapitel, war jetzt nicht der Oberknaller und so langsam habe ich wirklich genug von Udon, aber wie hat euch denn das Kapitel gefallen? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein, ciao!